Hey Leute, mein Kollege ist mein Kanal. Heute wieder hier. Ich hab vorhin schon eine Video gemacht. Ähm, könnte ich gerne ansehen. Und heute spielen wir Hill-Klein-Raisen. Ich weiß nicht mehr, aber okay. Dann war es gut. Dann ist das nicht mehr. Ich kann ja nur das mal sehen. Es ist halt ein sehr brutales Spiel. Habe ich mir gerade vorgestern oder vorgestern runtergeladen. Und auf jeden Fall unser Franz. Franz? Wo ist Franz? Hey! Franz ist auch deutsch. Wie sind die alle schneller als ich? Ich raste ihn aus. Nee, kannst du vergessen. Ich kann sowas wirklich nicht fahren. Ich hoffe jetzt schaffe ich es. Also zieht doch wie auf jeden Fall mein erstes Video rein. Ich habe auch einen zweiten Kanal. Habe ich den letzten Video auch verlinkt. Kann ich diesmal auch wieder machen. Ähm, und ja. Lasst einen Like da, wenn euch die Videos gefallen. Und klickt auf Abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Genau so ein Teil ist das, ne? Ich mache wirklich geiles. Irgendwie wie Scooter fahren. So, dass du halt schnell das Genick brichst. Ja, komm, zweiter Platz. Ja, komm, zweiter Platz. Ja, ich bin zweiter. Nice. Jo, als ob ich mir so ein Ding kaufe. So dumm bin ich nur Auge denn nicht. Wir gehen mal kurz zurück. Hey! So, komm ich hier nochmal zurück. Nein. Wo komm ich denn hier wieder raus? Ja. Ich geh einfach erstmal ganz raus. Ja. Also, eigentlich wollte ich jetzt ein Video nehmen. Mit Helga. Aber das ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ich krieg jetzt auch wieder Hater über zu sein. Aber, ähm. Dieses Mal haben wir jetzt Lars Mesh. Das kennt ihr bestimmt. Es gibt so ein neues Update. Ich hab das ja früher schon gezockt. Und ja. Würde ich sagen. Nehmen wir aber jetzt nicht den Planet. Früher war der ganz normal. Aber jetzt, wenn man da zum Beispiel hier mit Laser drauf schießt, ist da so eine Schutzhülle. Aber du kannst sie ganz easy mit dem Laser zerstören einfach. Ist eigentlich easy. Du musst laufen und dann. Ich hab mich immer gefragt, was da drin ist. Und ich dachte erst, das wär ein Wurm. Aber dabei war es was ganz anderes. Ich dachte ernst, da würde ein Wurm rumdancen die ganze Zeit. Ohne Scherz. Und gleich werdet ihr es sehen. So, und jetzt schön reinbohren. Komm. Seht ihr es? Das. Ich dachte erst wirklich, das wär ein Wurm. Aber. Guckt euch das an. Ist einfach geil. Sieht so geil aus. Ich kann jetzt natürlich auch einfach mit den Dingern drauf. Ah, ich hab ne Idee. Ganz wichtige. Und zwar werde ich dann einfach diese Dinger da reinhauen. Ja. Das war meine Ruhe. Wie immer. Das war meine Ruhe. Wie immer. Ich hab' die Wälde hier. 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 Der Kanz war da. und die Kugel bleibt da halt wie immer. Ach, mein Gott, warte, wir nehmen jetzt... Nee, das Teil. Die ganze Erde wird umzingelt von den Dingern. Das ist richtig viel, ne? Alles kommt! Richtig viel von den Dingern! Komm schon! Guck, das ist ja alles kaputt. Süß. Ja, jetzt gibt's irgendwas mehr von der Erde. Wir bauen uns einfach erst mal selbst in Erde. Oh, geil! In seinem Kopf aber richtig. Alter, gib mir doch das Spiel, Alter. Nein! Ach so, die sind von vorher. Also, Freunde, würde ich sagen, machen wir uns jetzt im Planet. Gar kein Wasser. Nein, natürlich brauchen wir auch ein bisschen Wasser. Würde ich sagen, ja, eine gute Erde. Äh, nee, das ist nicht... Oh, mein Gott! Die ganze Erde ist angefangen. Wir machen so auf mittel. Oder? Gar nicht. Nee, wir machen so auf mittel. So, jetzt kommt die Farbe. So, jetzt kommt die Farbe. Und ich mach mal mit. Das sieht so gut, wie man hat. Das sieht so geil aus. Ich mache mal einen Schritt jetzt hin. Sag mal, dass ich bin. Nein, geh doch nicht in meinem Planeten, geh weg, Alter. Nein. Nein, 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 nein. Nicht dein Ernst, Alter. Alles einschleuseln, yeah. Ih, sieht das eklig aus. Freunde, sieht übelst eklig aus. Oh, der ganze Planet wird befallen, weiterkommt. Alle fressen, aufessen, sonst regnet's. Jetzt gibt's gleich Zipper, gleich Zipper, gleich Zipper. Ja, esst ihn auf, den alten Planeten, Alter. Jetzt kommt da noch zigtausend solche Dinger drauf. Das wird geil. Jetzt, das ist wichtig. Dein Ernst, wieso hab ich jetzt da drauf gedrückt? Los, drei, zwei, eins, go! Ich muss das auf Pause machen. Okay, weiter geht. Ja, bringt den Planeten um. Hier müssen die Dinger hin platzieren. Oh! Das passiert immer ganz schnell, leider. Aber, wir werden jetzt noch mal ein paar Experimente da mitmachen. Oh, nein! Man, das trifft. Zu bisschen trach, hausgeessen bitte. Okay, also... Machen wir hier einfach mal den Mund drauf, ein paar Munde. Übelst! Komm schon. Und das in die Küche, dann. Ja, das Teil kann nichts gegen uns machen. Ich mach jetzt also lange Laser-Trafone. Shit, ich mach mal, das ist das Teil. Schön viel, so. Und jetzt? Und jetzt? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auf so'n Teil... Ja, verteilt euch. Ja, verteilt euch! Ich denke, wir hatten den Stern davon und hier in der dritten Zimmer war er nicht. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten den Stern davon. So, jetzt richtig. Es ist klein, aber es ist jetzt los und es ist ja noch ein Kastrohn. Wo kommt er zum Essen jetzt? Gleich. Der Planet muss bombardiert werden, sowas von. Aber heftig. Wasn't das? Was ist das? Wohin ist es, hat sich gegründet, sowas von. Zweifeln. Wohin ist es wieder gelös. Der Planet muss auf. Wohin ist nicht gelös. Ich würde sagen, wir sind noch ein Kastrohn, das ist es lediglich. Wohin ist es, da was die Kastrohn. Wohin ist nichts mehr. Wohin ist es jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Wohin ist das? Das ist kein Kastrohn. Wohin ist es! ich sag dazu nichts mehr und auf jeden fall bis zum nächsten mal tschau tschau wo ist immer noch an